Heute im Test, dieses Gadget. Es nennt sich Underwater Light Show, zu deutsch Unterwasser Licht Show und kostet 14,95 Euro. In der Verpackung findet man neben der Bedienungsanleitung natürlich noch das eigentliche Gadget. Und so sieht es aus. Im Inneren des Gadgets findet man vier kleine LED-Leuchten, die nach Einlegen der Batterien auf der Oberseite und Betätigung des Schalters in verschiedenen Lichtimpulsen leuchten. Insgesamt beherrscht das Gadget fünf verschiedene Leuchtrhythmen. In Modus 1 ändern die LEDs schnell ihre Farbe. In Modus 2 wird das Ganze noch mit einem Blitzlicht untermalt. In Modus 3 leuchten sie ganz langsam und in Modus 4 haben wir ein Standlicht. Außerdem gibt es noch den Zufallsmodus, in wen das Gerät selber entscheidet, was die LEDs gerade machen. Betätigt man nun den Knopf und legt das Gadget beispielsweise in eine Badewanne, in einen Pool oder wie hier im Test in eine Schüssel, so zaubert es bunte Lichteffekte in Wasser und Umgebung. Mein Fazit zu diesem Gadget, schön und empfehlenswert. Es hat ein sehr außergewöhnliches Design und funktionierte einwandfrei. Besonders in Badewannen und Pools sieht es fantastisch aus. Also in Wettbewerbe beherrscht.